Bad Düben Das Heidestädtchen Bad Düben liegt am Westrand der Dübener Heide im Norden Sachsens. Hintergrund Bad Düben wird bereits im 10. Jahrhundert als Besitztum des Erzstifts Magdeburg erwähnt. Die Burg, bisher der Sitz von Burggrafen, wurde 1117 vom Grafen Wiebrecht von Greutsch erobert. Am 4. September 1631 schlossen hier der König Gustav Adolf von Schweden und der Kurfürst Johann Georg I. Von Sachsen das Bündnis gegen den Kaiser und die Liga ab. Im Siebenjährigen Krieg überfielen hier am 29. Oktober 1759 die Preußen unter Fink und Wunsch das Ahrenberg-Essietchikor und nötigten es zum schleunigsten Rückzug. In Bad Düben verweilte Napoleon I. auf seinem Rückzug von Dresden vom 10. bis zum 14. Oktober 1813. Mit dem Flugzeug der liegt 40 Kilometer südwestlich. Mit der Bahn regelmäßigen Betrieb auf der Bahnstrecke Eilenburg-Bad Düben-Bad Schmiedeberg gibt es nicht mehr. Es finden an Feiertagen oder Wochenenden einzelne Sonderfahrten statt. Der nächste im Kursbuch geführte Bahnhof ist somit im 20 Kilometer südlich gelegenen Eilenburg. Dort halten Züge aus Richtung Halle, Leipzig und Cottbus. Vom Bahnhof Eilenburg fährt stündlich ein Bus der Linie 232 nach Bad Düben. Mit dem Bus von Leipzig fährt die Plus-Buslinie 196 werktags stündlich nach Bad Düben. Samstags fahren sieben Busse je Richtung, sonntags fünf. Die Fahrt dauert eine gute Dreiviertelstunde. Auf der Straße der Kraftfahrer erreicht Bad Düben über die Bundesstraßen 2, Leipzig-Bad Düben-Lutherstadt-Wittenberg, 107, des Haubad Düben-Eilenburg-Wurzengrämer, oder 183, Bitterfeld-Bad Düben-Torgau-Bad Lebenwerder. Westlich von Bad Düben mündet die B 183 A von Brenner, A 9, über Delitzsch in die B 2. Mit dem Fahrrad der Muldental-Radweg führt Fluss aufwärts nach Eilenburg und abwärts nach Bitterfeld. Der Radweg Berlin-Leipzig führt im Norden nach Lutherstadt-Wittenberg bzw. ebenfalls Mulde aufwärts nach Eilenburg. Sehenswürdigkeiten Mini-Pipe-Symbol Burg Düben Sam-Pipe-Symbol Hochkant-Pipe-Symbol Left-Pipe-Symbol Germania im Kurpack Mini-Pipe-Symbol Schiffsmühle Sam-Pipe-Symbol Schloss Schnaditz Die Burg Düben wurde im Sächsischen Bruderkrieg und im Dreißigjährigen Krieg zerstört. Heute befindet sich in der Burg das Heimatmuseum. Kontakt In dem alten Burggraben liegt eine historische Schiffsmühle, also eine Mühle, die auf einer schwimmenden Plattform errichtet ist. Bad Düben besitzt den ältesten Deutschlands. Sehenswert ist Ferner das, an dessen Rathausturm zur vollen Stunde zwischen 9 und 18 Uhr zwei Ziegenböcke aufeinandertreffen. Die Burg, das in Ortsteil Schnaditz und der Kohlhasengrug im Ortsteil Wellaune sind mit der Novelle Michael Kohlhaas von Heinrich von Kleist verknüpft. Aktivitäten der Lutherweg Sachsen verbindet Bad Düben mit Dreihalde bei Torgau und Lönitz, nach Norden zweigt der Lutherweg Sachsen-Anhalt ab. Unterkunft Ausflüge Hohenpriesnitz, 10 Kilometer südlich, Barockschloss, Personenfahrer über die Mulden nach Gruner. Lönitz, 12 Kilometer westlich, am Seelhausener See, eindrucksvoll bemalte Holzkassettendecke in der Evangelischen Kirche. Bad Schmiedeberg, 16 Kilometer nordöstlich, in der Mitte der Dübener Heide gelegen. Jugendstekorhaus und Heilbrunnen Eilenburg, 19 Kilometer südlich, S11, Mulde aufwärts gelegene Stadt. Über 1000 Jahre alte Burg und Renaissance-Rathaus. Greffenhainichen, 20 Kilometer nordöstlich, B107, die Stadt Greffenhainichen liegt im Nordwesten der Dübener Heide, in unmittelbarer Nähe Verropolis, die Stadt aus Eisen. Delitzsch, 21 Kilometer südwestlich, gut erhaltene Abschnitte der ehemaligen Stadtbefestigung, Stadtkirche St. Peter und Paul und Barockschloss. Bitterfeld, 22 Kilometer westlich, B183, einst die dreckigste Stadt Europas, liegt bei Bitterfeld heute das Bitterfelder Meer mit Pegelturm und Wasserfront. Dormitsch, 23 Kilometer östlich, Kleinstadt an der Elbe mit spätgotischer Backsteinkirche. Dorgau, 32 Kilometer östlich, B183, sächsisches Residenzschloss Hartenfels an der Elbe, Denkmal des Zusammentreffens russischer und amerikanischer Truppen im April 1945. Leipzig, 37 Kilometer südlich, B2, die Großstadt der Region. Lotharstadt Wittenberg, 37 Kilometer nördlich, B2, in der Stadt der Reformation schlug Lothar seine Thesen an, 100 Wasserschule.